Dezentraler Verkauf, Vorteile, Nachteile. Sie merken, ich habe schon mal die Frage umgestellt, um der Antwort eine Struktur zu geben. Die Frage lautet natürlich, welche Vorteile und welche Nachteile hat der dezentrale Verkauf. Vorteile des dezentralen Verkaufs sind eine größere Kundennähe. Wenn ich sage größere, dann meine ich größer als beim zentralen Verkauf. Eine schnellere Lieferung und ein schnellerer Kundendienst. Schneller als beim zentralen Verkauf. Warum? Man ist einfach näher am Kunden, wenn man sich dezentral strukturiert hier. Nachteile sind hohe Personalkosten und hohe Lagerkosten. Die dezentrale Strukturierung bringt halt mit sich, dass man viele kleine Lager unterhält und nicht ein großes zentral, sondern viele kleine dezentrale und dadurch werden die Lagerkosten höher. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.